Genau 100 Sekunden noch in diesem ersten Zwirfel. Guter Spector an Spiel. Und jetzt veredelt dann diesen Pass von Tess Robertson. Wir brauchen den Dreier. Washington für drei, der trifft Eric Washington. Und der ist richtig, der bringt den Ausgleich. Die Ausgas passt mit dem Ballverlust, unverteidigt von Matsumi. Und ein starker Block von Midgard, den wollte Wank stopfen, aber Midgard ist da. Ganz stark vom Dänen. Drei von drei. Und das Transition Game funktioniert. David Kramer letzter. Eins gegen Null. Gespeck der Kille. Aber den hat er richtig hübsch gespielt auf Lukas Meissner. Der Alli-U. Geht weit. Mit dem Turnover. Ab ist da. Und dann ein ganz elegantes Zeitspiel auf Sean Miller. Grant is up. Mit dem exzellenten Blick und dem technisch fantastischen Pass. Mit dem Torhauten. Mit dem Torhauten. Mit dem Torhauten. Mit dem Torhauten. Und dann auch noch ein paar Spiele. Mit dem Torhauten. Was für einer! Über ein Ringniveau. Und andere Spieler ins Spiel bringen. Shorts und weggespottet von Luis Olympe, der hier die Big Defensive Plays macht. Was für eine Fackel von Luis Olympe. Hohly, wohoho. Eigentlich dachte ich, der ist zu hoch angesetzt, aber dieser Hohly. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.